Jetzt bei Sonja. Sexsüchtig. Heute Abend bist du dran. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, für viele Männer ist ja Sex immer noch das Wichtigste im Leben. Und sie leben ihren Trieb aus ohne Rücksicht auf Verluste. Nur diese Sexsucht kann natürlich auch negative Folgen haben. Und das bestätigt mein erster Gast, denn er hat eine langjährige Beziehung aufs Spiel gesetzt. Begrüßen Sie mit mir, Werner. Herzlich willkommen. Werner, unser Thema lautet, du willst immer nur das eine. Willst du? Ja, sicher. Warum sicher? Was ist daran so selbstverständlich? Nur das eine, was eigentlich jeder tut, ist eigentlich meiner Meinung nach das Schönste, was man in den Jahren auf Erdboden erleben kann. Das ist durch nichts Materielles ersetzbar. Glaubst du denn, dass es ganz generell für alle Männer gilt? Ich kann nicht für alle Männer sprechen, aber ich kann nur für mich reden. Also für mich ist Sex das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Vermisst du etwas? Vermissen. Inwiefern vermissen? Naja, wenn man nur seine Beziehung dem Sex nach ausrichtet, ob vielleicht irgendwelche Gefühle, eine feste Partnerschaft, Vertrauen und so weiter, so etwas fehlt. Sicher, Gefühle spielen auf jeden Fall eine Rolle. Und es gibt einmal den schnellen Sex für eine Nacht. Und da ist es eigentlich teilweise egal, ob du jetzt da viel Gefühl mit reinbringst. Da geht es mehr um den Trieb, um Spaß haben und tschüss, nächsten Tag. Ja, was bedeutet dir denn ein gutes Gespräch? Ich kann da schon differenzieren, ob ich jetzt, es gibt Frauen, die zum Beispiel sehr hübsch sind, mit denen ich mir auch Sex gut vorstellen kann. Aber es gibt auch Frauen, die durch ihre Art wirken, aber die mich körperlich nicht reizen würden. Mit denen kann ich mich gut unterhalten, okay. Kannst du sagen, dass du sexsüchtig bist? Ja. Was gibt dir Sex? Das ist einfach ein absolut gutes Feeling, eine Frau auszuziehen, so allmählich den Körper, die Haut zu sehen, sie anzufassen, sie zu riechen. Das ist einfach genial. Wie war denn das in deiner vorherigen Beziehung? Du hattest mal eine langjährige Beziehung. Das ist richtig. Wie ist da euer Sexleben gewesen? Ja, das Problem war halt, wie bereits gesagt, ich habe halt ständig oder sehr oft Lust auf Sex, also eigentlich täglich. Und in meiner vergangenen Beziehung war es halt so, dass die Frau rein vom Mensch absolut super ist. Aber was das Sexuelle halt betrifft, liefen halt die Wege parallel, also nicht parallel. Ja, das hat zwei, dreimal im Monat gereicht und wie gesagt, bei mir halt, von mir aus täglich. Und ja, dann fing das halt irgendwann an, dann habe ich halt das Problem gehabt und habe mich halt nach anderen Frauen umgeschaut, weil das war mir halt zu wenig. Und ja, habe sie dann halt betrogen. Ja, inwiefern regiert denn dann quasi dein Unterteil, deinen ganzen Menschen? Ja gut, es ist nicht so, dass ich jetzt von morgens bis abends nur an Sex denke und es gibt noch andere Dinge im Leben, aber es ist ein Part in meinem Leben, den ich halt nicht verdrängen möchte. Und so gut und so lange es geht, ausleben. Gut, du redest jetzt positiv darüber, aber es gibt doch sicherlich auch negative Seiten daran. Hast du es denn nicht jemals bereut, eventuell deine Freundin verlassen zu haben? Ja, ich habe diese Frau auf diesem Weg halt mit dieser neuen Beziehung halt verloren. Also es war halt so, ich habe die Sabine, mit der ich jetzt zusammen bin, im Bistro abends kennengelernt und da hat es halt gefunkt. Und das ganze Verhältnis hat so 14 Tage gedauert. Und dann haben wir halt beide gesagt, okay, bis hierhin und jetzt reicht es eigentlich. Und ja, dann wurden drei Wochen draus, vier Wochen und dann ging das permanent so weiter und jetzt sind es halt zwei Jahre geworden. Wie ist denn jetzt eure Beziehung, abgesehen vom Sex? Tja, abgesehen vom Sex gehen wir halt, sagen wir mal, was Einstellungen so betrifft, gehen wir halt sehr getrennte Wege. Also jeder hat so sein, also es gibt wenig Gemeinsamkeiten. Wir verstehen uns zwar schon außerhalb vom Bett, aber was das Miteinander, das tägliche Miteinander betrifft, gibt es halt viele Probleme. Wie liebst du denn diese Frau? Ja, schon. Hast du jetzt aus Verlegenheit gesagt, weil du weißt, sie steht hinten? Jetzt weiß ich, dass sie hinten steht, aber ja schon. Ich meine, ohne Grund sind das jetzt keine zwei Jahre geworden. Es war auch so, diese Beziehung war zwischendurch, also wir waren fünfmal getrennt in dieser Zeit. Und sind trotzdem jedes Mal wieder irgendwie zusammengekommen. Und waren die Streit irgendwo auch noch so heftig und noch so krass, ja, es hat im Bett geendet und am nächsten Tag war alles vergessen. Wohnt ihr denn zusammen? Ich bin die meiste Zeit bei ihr, aber ich habe es noch nicht geschafft, bei ihr einzuziehen. Warum? Weil wir da beide Berührungsängste haben, weil wir halt der Meinung sind, das klappt wahrscheinlich nicht. Weil so war es immer einfacher, wenn es richtig gefetzt hat, zu sagen, okay, ich gehe. Habe ich meinen Rucksack gepackt und bin gegangen. Was hält dich an ihr? Ja, schon, der Sex mit ihr auf jeden Fall und sie vom Mensch her auch irgendwo, klar. Irgendwo aber? Nein, nicht, schon an zweiter Stelle, klar. Weil sie ist ja vom Wesen, wir werden sie ja auch kennenlernen jetzt schon. Dann tun wir das direkt doch mal. Wir lernen sie kennen, hier ist sie, die Frau, die ihn sexuell hörig macht. Herzlich willkommen, Sabine. Das kann man sich bildlich vorstellen, eine heiße Frau, möchte ich hier einfach mal sagen. Sabine, will er von dir immer nur das eine? Überwiegend schon, ja, doch, würde ich so sehen, ja. Wie gehst du denn damit um? Also, teils, teils. Also gut, ich muss jetzt sagen, nach den zwei Jahren komme ich eigentlich sehr gut mit klar. Es gab sicher unheimlich viel Stress, auch mit Popelkram. Aber ich sehe halt schon, dass so viel Stress in einer Beziehung, in dieser kurzen Zeit, möchte ich jetzt mal sagen, dass es einfach nicht lohnt. Dann kann man sich wirklich die Zeit anders oder anders verbringen miteinander auf eine angenehme Art und Weise und nicht dieses ständige Miteinander, da Reibereien austragen. Aber überwiegend muss ich sagen, will er schon nur das eine, das stimmt, ja. Ja, fehlt dir denn da nicht irgendwas? Er hat ganz schön lange gezögert, als ich ihn gefragt habe, ob er dich liebt. Ja. Liebst du ihn? Ja. Ja. Wie gehst du denn damit um, dass er sich nicht ganz so sicher ist? Ja, das ist, ich denke schon, dass es wohl mein Problem ist. Ich kann das jetzt nicht auf ihn umsetzen und sagen, ey, du hast da ein Problem, weil das Problem habe ich. Das geht halt schon um meine Einstellung, wie weit ich damit klarkomme. Und, ähm, ja gut, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur darunter leide. Es kommt, ich lasse halt nur das Leiden so weit zu, wie ich meine, okay, jetzt hier sind die Grenze. Und nach so vielen, äh, ja, Streitereien kann ich echt nur sagen, man kriegt schon hier und dort eine gewisse Hornhaut, was das anbelangt. Man ist nicht mehr so anfällig, nicht mehr so, ähm, wie sagt man, sensibel dafür. Wie wichtig ist dir denn Sex in einer Beziehung? Ja, sehr. Also seitdem ich ihn kenne, muss ich sagen, sehr. Ich hatte das vorher auch nicht erlebt. Und, ähm, das sind, das sind Erlebnisse, die ich wirklich vorher überhaupt nur gedacht habe. Das gibt es wahrscheinlich nur im Fernsehen oder nur im Film oder nur was weiß ich. Aber das ist etwas, was, was ich vorher noch nie hatte. Und kann es mir auch gar nicht vorstellen, dass das immer mit jedem, wenn man irgendeine Beziehung hat, immer so erleben kann. Ich denke, das ist schon eine sehr einmalige Sache. Man, ich meine, man redet schon, man redet schon über, mit Freundinnen oder so. Man hört halt viel und da denke ich schon, dass das eine Ausnahme ist, ja. Vermisst du etwas? Ja. Was? Ja. Also wenn, wenn, wenn ich sage, er will nur das eine, kann ich sagen, ich will auch nur das eine, aber auch das andere. Das ist nämlich außerhalb vom Bett diese ganz normale Zärtlichkeiten im, im Alltag. Ob man nun weggeht, irgendwo steht und auch man tätschelt halt mal so, ne, und da wird man dann so angeguckt. Was ist denn? So, dann ist ihm das schon, wir sind in der Öffentlichkeit, was soll denn das jetzt? Also ich habe da schon Probleme, das auch so rüberzubringen, ohne dass er damit die Probleme hat. Also ich halte mich schon irgendwo geschlossen, wenn wir irgendwo sind, weil, weil er dann so ein bisschen so den Genervten macht, ne. Und auch so bei mir zu Hause, so in diesen vier Wänden ist das alles ganz wunderbar, aber gehen wir auf die Straße, dann ist also dieses Händchen halt nicht angesagt und diese Streicheln halten auch ganz ungünstig. Damit habe ich also absolute Probleme. Oder wirklich einfach nur in diesen Arm nehmen und Küsschen geben, das ist doch toll. Aber das verbindet er zu Hause, gleich mit Bett, beziehungsweise außerhalb von diesem Haus wird es noch nie stattfinden. Könnt ihr auch einfach mal kuscheln? Ja, doch. Am Anfang schon. Was am Anfang, wie, bevor ihr ins Bett geht? Nein, das erste halbe Jahr. Ich meine, ohne dass es mal im Bett endet. Nein, das erste halbe Jahr, aber dann muss man auch dazu sagen, gab es ab da auch einige Probleme in dieser Beziehung miteinander, was Umstände halt betraf. Aber warum kannst du denn in der Öffentlichkeit nicht zu dieser tollen Frau stehen? Hm. Glaubst du, du verpasst Chancen? Du, flirten tue ich gern. Das weiß ich auch. Tue ich auch. Da habe ich auch keine Probleme, dass ich jetzt glaube, nur wenn ich sie nicht an die Hand nehme oder wenn ich sie an die Hand nehme, kann ich mit keiner anderen Frau mehr flirten. Also warum dann? Es sind, es ist letztes Jahr, was passiert im August. Da hat sie mich schwer enttäuscht und eigentlich seit dieser Zeit ist das eigentlich das Hauptproblem für mich, mich so zu präsentieren in der Öffentlichkeit mit ihr. Siehst du das ein? Habt ihr das untereinander geklärt? Sie weiß schon, dass ich seitdem Probleme habe und sie kennt ja auch bestens die Gründe, weil sie, das ging ja von ihr aus. Bist du traurig, dass er nicht bei dir einzieht, Sabine? Nicht mehr, nein. Ich habe also schon, ich habe also ein riesengroßes Haus für mich ganz alleine, völliger Quatsch, aber ich muss sagen, am Anfang war das wirklich mein größter Wunsch. Ich kann auch sagen, es ist immer noch ein Wunsch, ja, aber ich renne nicht mehr so hinterher wie am Anfang, weil ich bin der Meinung, wenn er es tut, dann soll er es tun, weil er es wirklich will, weil er dazu steht. Nicht aus einem Grund, du, da muss ich jetzt raus oder, naja, die Spritfahrt kann man sich ja dann sparen oder sowas. Ich möchte wirklich, dass er das tut, aus, vom Innen heraus und nicht aus irgendwelchen Bequemlichkeitsgründen oder aus Platzgründen, wo er halt von zu Hause aus weg muss. Und das denke ich mir, die Zeit wird kommen oder sie wird nicht kommen. Passiert es denn ab und zu mal, dass du ihn abweist? Ja. Wie reagiert er dann? Hm, ja, ist schon gekränkt. Also ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wie ich damit umgehen könnte. Und ich glaube, ich kriege da weniger Körbe. Aber ich kann mir schon, ich kann mir das schon vorstellen, dass das schwer für ihn ist. Aber ich bin halt auch ein bisschen so, ja, kleiner Dickkopf bin ich da schon. Und wenn ihr euch streitet, wie findet ihr wieder zueinander? Na ja, also das geht schon. Wir enden meistens in der Waagrechten. Von daher, ja, das ist alles. Ja, wie, Moment mal. Also, ach Schatzi, lass mal, guck hier. Ist alles wieder gut? Nee, das ist, also ich denke, ich habe das in der Form vorher auch nie gekannt, dass man aus dem Streit raus, wo man sich fast an den Hals geht. Und das war teilweise wirklich schon sehr massiv. Trotz allem, übereinander herfällt, dann aus diesem Streit raus und Lust aufeinander bekommt. Ja, das ist also völlig paradox. Am ersten Moment, denke ich, schmeißen sämtliche Utensilien, was sich hier befindet, möglichst gleich auf die Straße. Und am nächsten Moment denke ich, ist doch Quatsch, oder? Vor allen Dingen denke ich jetzt für mich als Mann, dass, wenn man von Hörigkeit spricht, dass es sowas wirklich gibt. Also ich fühle mich da betroffen mittlerweile, wenn ich es mal so sagen kann. Ja, mein anderes Thema, Sucht oder Betroffenheit. Wir haben hier jemanden, wir meistens, ich sage jetzt mal so, wie ich das mitkriege, klar, ich bin auch noch etwas jünger, geschieht das unter den Jüngeren, ach, die wollen immer nur das eine. Aber wie sieht es dann mit einer etwas älteren Generation aus? Bei mir hier sitzt Ruth und sie sagt auch, ach, die Männer, die wollen immer nur das eine. Wie lernst du denn Männer kennen? Unterschiedlich. Ich lerne Männer kennen auf den Reisen. Ich mache sehr viele Studienreisen. Ich lerne Männer kennen. Ich arbeite nebenberuflich als Probandin und da lerne ich auch Männer kennen. Immer. Ich sitze in der Fußgängerzone bei einem Eis und schon platzt sich jemand daneben. Also ich lerne Männer kennen. Du hast aber auch über Zeitungsartikel ab und zu schon. Richtig. Ich habe auch mal auf Annoncen geschrieben und da kam also das Dollste raus. Und es war keine Zuschrift. Ich habe 14 Zuschriften bekommen. Es war also keine Zuschrift dabei, die sich nicht im Endeffekt bis 82 Jahre auf Sex bezog. Ja, erzähl doch mal so ein paar Geschichten. Wenn du irgendwie Männer triffst, wie funktioniert das dann? Sind das noch so galante Männer? Das sagen ja immer die Älteren von sich. Ja, ich war mit einem Herrn viermal aus. Es war ein Finanzbeamter, ein Pensionierter. Und beim vierten Mal sagte er, er könnte es ganz einfach nicht aushalten. Er möchte mich nackt auf seinem Bett sehen. Und mir fiel fast der Löffel aus der Hand. Das kam so abrupt. Keine Zärtlichkeit. Nichts ging dem voraus. Und dann war ich böse und habe ihn gefragt, wie es denn mit seiner Potenz ständ. Wie alt war der Herr? 72. Das heißt ja nichts. Dann sagt er, das macht ja nichts. Ich möchte dich ganz einfach, du hast so eine weiche Haut, so vom Finger tatschen und Hände und so. Ich möchte dich ganz einfach auf meinem Bett sehen. Solange ich noch zehn Finger und eine Zunge habe, will ich dich schon befriedigen. Dann wird das schon in Ordnung sein. Es ist sicherlich nichts dagegen einzuwenden, wenn ich diesen Herrn besser gekannt hätte. Aber so gleich so mit der Türe ins Haus fallen. Aber das war nicht das einzige Beispiel. Du hast zum Beispiel auch mal eine Fotokopie zugeschickt bekommen. Ja, nur das Unterteil eines Mannes. Da steht ja mit handschriftlich darunter, das kann bald dein sein. Nein. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich mag Männer, also bitte. Aber ich möchte mir die Männer aussuchen, mit denen ich ins Bett gehe. Ruth, was hältst du denn von Werner? Nee, kommt nicht für mich in Frage. Nein, ich möchte jetzt euch nicht mal kuppeln, sondern was hältst du von seiner Auffassung? Nein, die kann ich nicht teilen. Nein, die kann ich nicht teilen. Früher hieß es bei uns auch so, wenn wir im Dienst nicht so spurten, wie das die Chefs wollten oder unsere Vorgesetzten, hieß es so, die braucht mal einen ordentlichen Mann. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sie hat das ganz kurz angesprochen, wenn mal eine Frau nicht so spurt oder zickig ist oder irgendwie sowas. Glaubst du dann auch, Mensch, die braucht mal richtigen Typen? Ja. Das möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich hätte jetzt mal für mich, also für mich gäbe es das nie, dass ich jetzt eine Frau zu Sex zwinge und sage, mach jetzt die Beine bereit, ich will dich. Ich meine, dann gehe ich in den Puff und dann kann ich das haben für 30 Mark. Also das würde ich nie machen. So preiswert? Frankfurt, ja. Was weiß ich. Ja, wenn die Frau nicht so spurt, dann ist ja oft trotzdem der Stress vorprogrammiert und auch mein nächster Gast sagt, Sex muss einfach sein. Herzlich willkommen, Christian. Christian, wie sieht es denn zur Zeit mit deiner Frau aus? Habt ihr ein ausgeglichenes Sexualleben? Nein, seit fünf Jahren nicht mehr. Ja. Inwiefern? Also nur noch alle drei Monate vielleicht einmal. Und wie, was glaubst du, woran das liegt? Das weiß ich nicht. Reicht dir denn alle zwei Monate, drei Monate reicht dir nicht aus? Normal nicht. Wie oft brauchst du Sex? Zweimal die Woche, das wenigste. Und wie gehst du mit diesem Problem um? Tja, ich muss mit umgehen können. Es geht eben nicht anders. Weil ich liebe meine Frau und darum will ich nicht zu anderen gehen. Also nicht mehr. Früher war ich da. Früher habe ich mir halt geholt, was ich gebraucht habe. Vor vier, fünf Jahren noch bin ich durch die Gegend gezogen mit meinem Pkw und habe mir halt Frauen gesucht. Und das ist halt seit zwei, drei Jahren nicht mehr. Also zwei Jahre geht nichts mehr. Nur noch meine Frau, ich weiß es nicht. Warum? Geht bei dir nichts mehr? Doch, bei mir geht es. Aber ich kann nicht jetzt zur Frau gehen und komme mit ihr schlafen. Ich brauche jetzt Sympathie und ein bisschen Liebe muss da. Soll ich schon gar nicht mehr hat. Wie versuchst du denn deine Frau trotzdem dazu zu bringen? Gibst du dir Mühe? Ich gebe mir Mühe. Da stimmt das Vorspiel, da stimmt alles. Sie hat ihren Orgasmus. Aber wenn es darauf ankommt, nichts mehr. Wenn es auf das Sextrohr kommt. Also wenn ich mit ihr schlafen will. Und dann will sie nicht mehr. Fertig. Die reden doch miteinander, oder? Ja, das geht alles. Bis ich neu will und dann ist es fertig. Ich weiß es nicht, warum. Was tust du denn, um trotzdem von deiner Frau Sex zu bekommen? Ja, ich rät das Wetter. Ich habe nichts mehr mit ihr. Ich war frisch halt und so zu. Was war das verkehrt? Da erreichst du ja genau den Effekt. Ich weiß es, ich weiß es. Aber ich habe es schon anders probiert. Ich habe zum Beispiel früher gesagt, du trinkst. Ich konnte Alkohol nicht riechen. Da habe ich aufgehört zu trinken. Ich trinke seit zweieinhalb Jahren gar nichts mehr. Aller gut und ist auch nicht bis eine Woche. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Wie läuft das? Läuft das? Das baue ich da im Schlafzimmer immer ab? Immer das gleiche Spiel oder vielleicht auch mal am anderen Ort? Vielleicht mal im Auto, vielleicht mal. Das war früher, ja. Aber jetzt. Und jetzt, warum jetzt denn mehr? Nur weil Lälder gewusst? Oder vielleicht brauchst du ja mal ein bisschen den Kick, das Feeling. Ja, vielleicht. Aber ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist es keine richtige Ehe mehr. Das ist genau, wie wenn ich zu besser ins Gasalz trenne. Meinst du, du setzt deine Frau eventuell unter Druck auch? Ja. Dann, wenn es zu arg bleibt, wenn es nicht mehr geht, dann setzt sie sie unter Druck. Wie? Wie machst du das? Oder ich fange wieder auf zu trinken oder so. Oder zwingst du sie auch an? Wirst du auch handgreiflich? Ja, ich weiß es. Dann brauchst du dich doch nicht so wundern. Ja, aber was muss ich nicht gewünscht machen? Ich habe wirklich, ich habe schon alles probiert. Du musst es dir selber machen, wenn deine Frau nicht will. Ich meine, kannst du da nicht gewünscht? Nein, nein, nein. Ja. Du sagst. Christian, Christian, wirst du ab und zu auch handgreiflich? Nein. Könntest du dann damit umgehen, Werner? Du sagst, du hast jetzt da ein... Auf jedes einen hervorragenden Tipp. Aber was würdest du dann machen, wenn du mit einer und derselben Frau verheiratet bist und sie will einfach nicht? Es gibt ja Gründe, dass sie nicht will. Also ich meine, mindestens ist da mal eine Rede drüber. Und da muss er auch so offen und ehrlich sein und die Gründe nennen. Wenn sie sich natürlich ausschweigt, du kannst sie nur vor den Kopf gucken, aber nicht rein. Aber im Gespräch ist es ja normalerweise möglich, alles rauszufinden, oder? Die Gründe kann sie uns am besten selbst erzählen. Sie ist nämlich hier. Herzlich willkommen, Sonja. Sonja, warum ist dir denn die Lust am Sex vergangen? Ach, das ist eine lange Geschichte. Dann fangen wir vorne an. Es fing eigentlich schon an bei meinen Kindern, als ich schwanger war. Beim ersten Kind Frauen, beim zweiten Kind Frauen, beim dritten Kind Frauen. Immer fremd, fremd. Dann wurde ich schwer krank nach dem dritten Kind. Zwei Operationen, Unterleib. Zwei Operationen, Stirnhöhle. Ich bekam schwere Depressionen, Angstzustände. Und dann die Abneigen, dann gegen den Sex. Hat er in dir etwas zerstört, indem er dich betrogen hat? Meine Psyche, ja. Alles. Habt ihr darüber gesprochen? Ja, mit meinem Mann kann man schlechter darüber sprechen. Er ist immer im Recht. Habt ihr vielleicht professionelle Hilfe mal dazu genommen? Ich ja. Ja, nein. Warum, Christian? Weil ich die Psychiater und die finde ich einfach blöd. Sonja, was fehlt dir in der Beziehung zu deinem Mann? Was mir fehlt? Zärtlichkeit. Moment mal, aber er sagt, er gibt sich, er gibt sich, er gibt sich. Er gibt sich Mühe beim Sex. Ist das auch so? Ich wüsste nicht, wie. Ja, warum ist das nicht weh? Ja, welche Mühe gibst du dir? Ich denke, ich mache doch genug, oder? Das sage ich, das zu dir, du sollst es machen. Du rufst doch aber gern, oder nicht? Du willst es von dir aus. Ach so. Habt ihr denn noch Sex miteinander? Ja, selten. Wenn ja, wie empfindest du es? Schmerzhaft. Und Abscheu? Das kann ich nicht genau erklären. Ich muss halt immer ständig sprechen dann. Wie reagiert dein Mann, wenn du ihn abweist? Oh je, sehr krass. Was heißt das? Bussartig, Busserbote, macht Streit. Dreht sich rum. Spricht auch nicht mit mir. Wird der Hand greiflich? Nö. Leidest du darunter? Im gewissen Sinn, ja. Mir kommt es so vor, als würdet ihr heute zum ersten Mal darüber reden. Oder dass er sagt, er gibt sich Mühe. Und du sagst, er gibt sich keine Mühe. Und das war so überraschend. Wie kann das sein, dass man nicht darüber spricht? Ja, er spricht mit mir darüber nicht. Warum, Christian? Was gibt es denn da groß zu sprechen? Wenn ich versuche, mit meiner Frau zu schlafen, und ich mache da vorher wirklich, was Menschenmöglich ist, und was ein Mann macht, und es läuft trotzdem nichts. Das gibt es doch nicht. Das finde ich nicht richtig. Und wir haben schon darüber geredet, es tut weh, und dann kommen die Ausreden, ich habe Bauchweh, ich habe Kreuzweh, ich habe Kopfweh, mir ist schlecht, da dauernd was anderes. Ich meine, das geht einem Jahr mit der Zeit auf die Nerven. Vielleicht, Christian, solltest du sie einfach mal zwei, drei Wochen in Ruhe lassen, vielleicht, und mal warten, ob sie von alleine ankommt, mal mit Christian, oder ob sie dich von alleine mal in den Arm nimmt. Mal warten, bis sie ankommt, dass sie die erste, wie sagt man das, die Initiative erreicht. Es ist schon ein bisschen schlecht, weil meine Frau, die ist attraktiv noch, und ich denke, ich bin erst 52 Jahre alt, und ich brauche das Sex, ich kann es nicht ändern. aber... Wir, das scheint ein sehr schwerwiegendes Problem zu sein, wir haben jetzt ein Pärchen da, vielleicht können die euch ein paar Tipps geben, oder irgendwie helfen, irgendetwas raten, denn man kann auch bei einem Paar sehen, oder bei einer Beziehung sehen, dass Sex auch zusammenschweißen kann. Herzlich willkommen, Silke und Thomas. Ja, Silke und Thomas, habt ihr mitverfolgen können, das Problem von Sonja und Christian? Ja, so ein bisschen haben wir das gehört. Silke, was könntest du denn raten? Was ich raten könnte? Also, ich denke schon, dass ein Gespräch zwischen euch beiden äußerst wichtig ist, also nicht nur ein Gespräch, es müssten, ich denke schon, sehr, sehr viele Gespräche folgen, und da müsst ihr eben halt versuchen, da auf einen Nenner zu kommen. Also, ich denke, dass da schon einiges so bei euch im Argen liegt, und das hat nicht unbedingt was mit dem Sexuellen zu tun, sondern die Ursachen liegen wahrscheinlich ein bisschen woanders. Ja, alles nicht so schlimm, aber er ruft mich und der Tag schon ab und sagt, heute Abend bist du dran. Dann müsste ich mal diese Frau sehen, wo sich dann freut und sagt, oh, jetzt bist du wieder dran. Das ist doch nicht normal. Also, das finde ich auch ein bisschen ungewöhnlich. Machst du das wirklich so? Ach, das ist doch Jux. Ja, gut, ich frage euch jetzt. Ich weiß ja nicht, was stimmt. Aber wenn man nicht mal über Sex reden kann mit seiner Frau, das ist doch... Ja, aber man sieht halt nicht... Moment, auf der einen Seite sagt sie, du redest nicht mit ihr. Christian. Bitte? Sie sagt aber, du redest sowieso nicht mit ihr über Sex oder über dieses Problem. Ja, bestimmt nur, wann es euch soll. Thomas, wie würdest du denn reagieren? Ihr habt jetzt, dazu kommen wir jetzt gleich, ein ganz tolles Sexualleben. Wie würdest du denn reagieren, wenn Silke plötzlich keine Lust mehr hätte? Da müsste ich erst mal mit ihr darüber reden. Also, ich würde erst mal fragen, woran es liegt oder so, warum sie diese Lust nicht mehr hat. Aber ich würde jedenfalls nicht so reagieren, wie es dort ist bei den beiden. Also, bei uns in der Beziehung wird halt sehr viel gesprochen, was der eine möchte oder nicht. Und das kann ich denen eigentlich auch nur. Aber so, wie ich das so jetzt mitgehört habe und mitgesehen habe, so, denke ich mal, ist es keine Beziehung. So kann man keine Beziehung führen. Ja, wie kann man eine Beziehung führen? Ihr seid ja sehr glücklich miteinander. Silke, erzähl du mir doch mal, wie ihr euch, als ihr euch kennengelernt habt, wie da euer Sexualleben war und wie es jetzt ist. Ja gut, wenn man sich kennenlernt, dann ist man natürlich schon etwas zurückhaltender. Man muss sich ja erst mal gegenseitig erforschen und kann nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, was der eine eben halt gut findet oder nicht. Und ja, dann war das natürlich am Anfang so ein bisschen zaghaft, sag ich mal. Was heißt zaghaft? Ja, so kann man das auch nicht nennen. Man muss sich halt kennenlernen. So, und da haben wir beide gemerkt, dass wir da so die gleiche Wellenlänge haben. Also wir sind da recht offen und wir mögen Sex sehr gerne und oft und an ungewöhnlichen Orten und ja, ich denke, wir beiden haben uns gesucht und gefunden. Thomas, wie oft habt ihr Sex? Boah, das kann man nicht so oft so sagen. Sag ruhig. Du bist hier bei Sanja. Also schon häufig, kann man sagen. Na gut, Hauptsache, Hauptsache, ihr seid ja glücklich damit, aber ungewöhnliche Orte und ihr Liebsex, wie weit geht denn das? Auch mit verschiedenen Partnern vielleicht oder in welchem Umfang passiert denn das für euch? Also wir sind also sehr spontan. Also wenn wir die Gelegenheit haben, man muss dazu sagen, wir haben zwei Kinder, also man ist da so ein bisschen nicht so flexibel wie vielleicht Menschen, die keine Kinder haben. Und wenn wir eben halt die Gelegenheit dann so finden, was weiß ich, das ist in der Küche ganz spontan. Geht ihr denn auch in Pärchenclubs zum Beispiel? Ja. Wie ist denn das da, wenn Thomas, wenn sie mit jemand anders da etwas macht? Macht sie ja gar nicht. Ach, und was macht man dann da? Ich meine, ich kenne mich nicht so aus. Ja, das muss jeder selber sehen, was man da im Pärchenclub macht. Was macht ihr denn da? Wir. Wir gehen hingucken. Ja! Trinken, trinken was, unterhalten uns, lernen nette Menschen kennen. Wie würdest du denn reagieren, wenn sie fremd ginge? Wie? Wie? Wenn sie im Pärchenclub fremd geht, oder wie? Überhaupt. Ach so. Ist ja wurscht wo. Ist nicht wurscht. Ist nicht wurscht, wieso? Wann darf man fremd gehen und wann nicht? Von dürfen habe ich jetzt nicht gesprochen, nur, wie gesagt, wir beiden gehen eben halt in einen Pärchenclub und da sind unsere, das ist eben halt eine gewisse Erotik, die dort herrscht und man geht da hin und guckt oder fühlt auch, also wir machen da kein Spaß. Ja, aber nochmal zurück, wo gibt es da die Unterschiede? Das würde mich doch interessieren. Ja, viele glauben, wenn man im Pärchenclub geht, dass man dann nur mit anderen Frauen oder Männern miteinander schläft. Ja, so ist es nicht. Ja. Das macht eigentlich dahin, das sagt jeder Club, der einer hat, der sagt schon, alles kann, nichts muss. So, und das bleibt doch von jedem Paar selber überlassen, was er da macht. Aber nochmal zurück zum Fremdgehen. Ja, ja, im Pärchenclub geht ihr nicht fremd. Nee. Geht ihr denn ansonsten fremd? Nein. Nein. Wollen wir ja nicht. Warum? Ich frage ja, wie würdest du reagieren? Ja, würde ich schon heftig reagieren. Würde sie ja auch. Aber ihr geht trotzdem bei Pornodreharbeiten fremd. Das ist was anderes. Warum? Das ist ein Job. Das kann man nicht vergleichen. Das kann man nicht mit Sex in eine Partnerschaft oder mit dem Pärchenclub vergleichen. Was da auf einer Videokassette von 15 bis 20 Minuten gezeigt wird, das ist ein harter Job, der in dem Set oder in den Dreh auf vier bis sechs Stunden gedreht wird. Das kann man nicht vergleichen. Da kann man auch keine Gefühle bringen oder so. Silke, warst du auch nicht eifersüchtig vielleicht am Anfang? Mir bei den Dreharbeiten? Mhm. Nein. Weil das Arbeit ist. Würdest du denn von ihm sagen oder vielleicht von euch beiden, ihr wollt immer nur das eine? Ja. Natürlich. Klar, da stehen wir ja auch zu. Manche Frauen fühlen sich aber bedrängt, so wie Sonja. Und eine Frau hat sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ich persönlich habe es auch schon gelesen. Ich bin ein großer Fan von Gabi Hauptmann. Herzlich willkommen. Ich muss als erstes mein zweites Buch gleich mal verschenken. Da steht nämlich ein gutes Giftrezept drin. Nur ein toter Mann ist ein guter Mann. Der Titel heißt Nur ein toter Mann ist ein guter Mann. Auch das habe ich gelesen. Gabi, dein erster Buchtitel lautet Suche impotenten Mann fürs Leben. Kannst du denn aus deiner eigenen Erfahrung sprechen? Ja klar, das ist natürlich eine eigene Erfahrung. Genau wie das Buch ist jetzt über eine Million mal verkauft worden. Und das sind insgesamt, da gab es in der Hochrechnung ungefähr fünf Millionen Frauen, die es gelesen haben. Und ich bekomme sehr viele Rückmeldungen auch in dieser Art, dass mich Frauen anrufen. Es ist ja so, das sehen wir ja auch hier, dass es beispielsweise den Mann fürs Bett gibt, für den Sex und den Mann fürs Leben. Aber ganz selten, dass sich das verbinden lässt. Also da ist für mich jetzt mal eine sexuelle Beziehung, aber fürs Leben vielleicht nicht so traurig. Ja, aber von der einen Seite aus. Okay, Sabine hat sich jetzt mittlerweile damit abgefunden. Sie hat sich abgefunden, ja, aber deswegen ist er noch nicht der Mann fürs Leben. Sonst können sie mit ihm ja draußen auch kuscheln oder alles das machen. Kann sie das? Er kann es ja nicht. Er könnte sie, wenn er mitmachen würde. Ja, genau. So meine ich. Also das ist ja eigentlich der Mann für den Sex. Das ist ja auch toll. Ich meine, es ist ja auch klasse, einen Mann zu haben, mit dem er so eine sexuelle Beziehung hat. Das ist ja auch eine tolle Sache. Bloß, dann fehlt eben wieder das andere. Eigentlich braucht man vielleicht zwei Männer. Ein fürs Bett, ein fürs Leben. Was? Vielleicht auch zwei Frauen. Das sind zwei Frauen, ja, natürlich. 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 Hast du denn auch, ja, anscheinend, sonst hättest du ihr das Buch nicht geschenkt, das Problem von Sonja und Christian mitbekommen? Das ist haarsträubend. Ja, was? Wenn die Haare nicht so lang werden, würden sie sich aufstellen. Ja, was könnte man denn da raten, tun, machen? Also ich glaube, weil ob das Giftrezept jetzt... So wie ich das gesehen habe, glaube ich, ist das Problem wirklich das Gespräch. Und ich glaube, dass vielleicht Sonja viel zu sagen hätte, aber dass er einfach gar nicht zuhören kann, sondern dass es ihm im Vordergrund nicht um den Sex geht. Und diese Erpressung, dieser Druck, das kann kein Mensch aushalten. Also jeder Mensch läuft da davon. Und das wundert mich eigentlich, dass sie noch bei ihm ist. Ich wäre schon längst gegangen. Ja. 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 Ja, Sonja, dann frage ich dich doch mal, warum bleibst du bei ihm, wenn du diesen Druck dich eigentlich nicht mehr gewachsen fühlst? Sonja, ich habe ein behindertes Kind noch. Und das ist der Grund. Wo soll ich hin? Er wird morgen 28 Jahre alt. Und für den bin ich noch da. Das ist toll, dass du für ihn da bist, jedenfalls. Wie seid ihr denn in den heutigen Abend gekommen? Wer bei uns eingeladen wird, der bekommt immer eine hervorragende Suite gestellt. Wie seid ihr hierher gekommen? Mit was für einer Vorahnung? Du lachst immer, Christian. Er lacht. Wie ist das für dich? Was hat er zu dir gesagt? Heute Abend bist du fängig. Schreie, wie du willst. Oh, das ist doch Jux, sowas. Du wirst nicht sagen, dass ich ein brutaler Mann bin. Wenn ich brutal wäre, dann würde ich mir eine Frau schnappen und sie hinlegen. Aber so bin ich doch nicht eingestellt, oder? Hast du das nicht gemacht? Und dann hat unsere Ehe gestimmt, bis vor fünf Jahren, oder nicht? Und wenn da junge Leute mitreden, die sollen mal erst 32 Jahre verheiratet sein und eine Frau vorher drei Jahre kennen und dann reden wir weiter. Aber ich denke, das ist relativ, wie lange man schon verheiratet hat. Da hinten, jawohl. Ach, Gott sei Dank. 37 Jahre und glücklich, wenn ich das höre. Ich würde mich erschießen. Ich würde mich erschießen. Es klappt alles. Die Harmonie, das Bett, es ist alles so, wie es sein soll. 37 Jahre lang. Toll, also ich freue mich da ganz arg für Sie, aber er sagt, wir könnten es nicht nachvollziehen. Kann denn eine Frau, die 37 Jahre verheiratet ist, glücklich, kann sie das nachvollziehen? Nein, nein, nein. Das kann man nicht nachvollziehen. Das hätte ich auch nie mitgemacht. so etwas. Ich kann es nicht verstehen. Jetzt halt. Also, ich bin der Meinung, dass es den Mann für jede Situation gibt. Da sitzt er. Das ist mein Ehemann. Kenne ich seit fast 10 Jahren, seit fast 4 Jahren verheiratet. Und er ist fürs Leben und für den Sex absolut fantastisch. Nochmal kurz zurück zu dir, Gabi. Wie ist es denn jetzt bei dir, wenn dir damals die Männer mit ihrem Sextrieb so auf den Keks gegangen sind? Lebst du jetzt monogam? Ne, das hat ja damit auch gar nichts zu tun. Es ist ja nur die Frage des Drucks. Was wir hier hören, ist ja einfach Druck. Und wenn man einen Mann hat, der also dreimal am Tag will, beispielsweise, oder immer irrigiert hinter einem steht, so dass man immer denkt, mein lieber Mann, ich hätte auch gern mal die Chance, ihn zu verführen. Also Männer, die sich zurückziehen, zurückziehen können, sind für eine Frau oft viel interessanter. Und das ist oft das, was viele Männer eben gar nicht können. Also es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Männern, den sie schon kennen, aber auch in anderen und Frauen. Der eine ist, wenn eine Frau abends ausgeht und findet in einer Disco oder irgendwo einen Mann, findet sie ihn vielleicht toll und guckt ihn an, denkt, Mensch, mit dem wäre es toll, die landet mit dem vielleicht im Bett. Beim Mann ist es meistens andersrum. Der denkt abends, ich gehe jetzt aus, ich brauche was, ich brauche was, finde ich schon mal ganz klasse und geht schon mit dieser Absicht aus, sich eine aufzureißen, um sich zu befriedigen. Und da ist ja schon dieser Unterschied, das haben wir heute Abend ja mehrfach auch gehört, dass es da eben diese kleine Diskrepanz gibt. Braucht denn eine Frau überhaupt so oft eine Befriedigung wie ein Mann? Anders, weil der Körper einer Frau ganz anders ist. Und das ist auch oft was, was Männer einfach nicht bedenken, dass eine Frau einen ganz komplexen Körper hat, der anders gesteuert ist. Eine Frau kann an einem Tag viermal wollen, dafür darf man der am nächsten Tag nicht auf einen Meter zu nahe kommen. Und ein Mann ist eben täglich gleich stimuliert, weil er diesen Hormonhaushalt gar nicht so hat wie wir. Da kann man Ihnen ja eigentlich gar nicht böse sein. Kann man auch nicht, das ist einfach der Trieb, man muss einfach damit umgehen lernen als Frau. Und man muss mit den Männern auch mal reden können, zu sagen, hier auch, was haben wir vorhin gehabt, die Verweigerung, er ist beleidigt zwei Tage oder hier, er spricht zwei Tage nicht mehr mit seiner Frau. Also das muss man sich mal vorstellen, mit welchem Recht, mit welchem Recht sind Männer beleidigt, wenn eine Frau nicht will. Nein heißt nein. Und eine Frau hat auch ein Recht darauf zu wollen. Und wenn der Mann dann nicht will, dann ist die Frau selten so beleidigt, wie das ein Mann zeigen kann. Also bei mir gab es auch Situationen, dass ich wollte, mein Freund wollte nicht und ich sagte, okay, dann machen wir was anders. Umgekehrt ist nachzulesen einem impotenten Mann. Um zu lesen ist, und umgekehrt ist es so, dass dann die Männer sich oft zurückziehen, beleidigt sind, der Frau eine Diskussion aufzwingen, was ist denn los, hast du einen anderen, stimmt was nicht und so. Und wenn sie sich in Krankheiten flüchtet, wie jetzt Sonja beispielsweise, dann wird das auch noch angekreuzt. Sonja, wie ist denn das bei dir? Lässt du, ich sage jetzt mal ganz erlaubt, ihn manchmal drüber, damit er da nicht mehr quengelt? Ja. Das muss eine wahnsinnig tolle Befriedigung für einen Mann sein. Also ich wundere mich überhaupt, dass Männer so was tun, im Bewusstsein dessen, dass die Frau gar nicht will. Bitte? Was sagt er? Na ja, er kommt mir sowieso ziemlich primitiv vor, so von der Einstellung her, so ziemlich grob. Das ist jetzt ein anderes Thema. Wir lernen jetzt eine Frau kennen, bei der es genau andersrum ist. Sie will immer nur das eine. Herzlich willkommen, Antje. Antje, wir reden die ganze Zeit darüber, dass Männer eigentlich immer nur das eine wollen. Das Thema heißt zwar, du willst immer nur das eine, aber bisher waren es immer nur die Männer. Wie ist das bei dir? Das stimmt nicht. Bei uns war das ganz anders. Also ich war nach sechs Tagen Schaftlauf, ihn ins Bett zu kommen, also zu kriegen. Ist das denn eine einmalige Situation gewesen oder warst du eigentlich schon immer so? Also ich war schon immer spontan, aber das war einmalig. Aber bei meinen Freundinnen ist es eigentlich genauso. Findest du es besser, wenn Frauen die Initiative ergreifen? Ja, es ist eigentlich blöd, sind immer dieses klischeehafte Denken, Männer sind die Monster, Männer wollen die Frauen nur ins Bett kriegen. Oh, da haben aber viele Männer hier geklatscht. Ich glaube, die waren jetzt alle ganz ruhig in dem Moment. Es gibt auch Frauen, die das wollen. Also ich bin eine von denen und wer es nicht will, der hat einfach Nein zu sagen und welcher Mann das nicht rafft oder welche Frau das dann nicht irgendwie kapiert, der soll es ja dann lieber gleich von Anfang an gehen lassen. Ja, wie reagierst du denn, wenn du mal einen Korb bekommst? Ja, ich weiß es nicht. Also wenn das, wenn mir einen Korb gibt, also mein Mann, dann verstehe ich das auch, wenn er den ganzen Tag arbeitet und ist müde und er will nicht, dann verstehe ich das und genauso versteht er das, wenn ich nicht möchte. Als du ihn am Anfang kennengelernt hast, wusstest du, dass es nur eine Sexbeziehung wird oder war da direkt Liebe mit im Spiel? Ne, und zwar von Anfang an ist klar, dass das nichts Besonderes Langes wird. Warum? Also ich war damals ziemlich jung, er war gerade frisch getrennt von seiner Ex-Frau und das war uns einfach klar und da war auch überhaupt nichts irgendwie Intimes geplant, aber ich wollte es wissen. Wie, inwiefern du wolltest es wissen? Hast du schon darauf angelegt, dass er länger mit dir zusammen ist? Ne, ich habe es aufs Bett angelegt. Und das hat dir dann auch gefallen? Ja, es war schön. Er ist natürlich auch hier, herzlich willkommen Sven. Sven, nicht jeder Mann kann damit umgehen, wenn die Frau den Jäger spielt. Wie fandst du das damals? Also ich fand es damals super. Warum? Ja, ganz einfach. Normalerweise ist es immer andersrum. Man muss immer hingehen zu den Frauen und so weiter. Aber Moment mal, aber sie hat gerade gesagt, dass es klischeehaftes Denken sei. Ja, und viele Frauen verlassen sich halt auch dann drauf. Viele Frauen denken halt, sie müssen angesprochen werden. Und das finde ich auch falsch. Frauen können ruhig, die können ruhig den Anfang machen. Du sagst ja genau, Werner. Schreckst du dich manchmal zurück, wenn eine Frau auf dich angehechtet kommt? Ich staune immer wieder in der Disco. Ich meine, wenn du 32 Jahre bist und gehst 15 Jahre schon auf die Rolle und siehst das abends in der Disco, viele Frauen stehen wirklich da und warten echt, bis ein Mann den ersten Schritt macht. Das nervt mich auch. Die wollen auf der einen Seite im Mann zu vier zahlen, aber erobert werden. Und wenn du es dann tust, tja, dann von oben runter. Dann können sich die Männer ja aussuchen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr alle da wart. Sex sollte wirklich, also das ist meine Meinung, nur dann ausgelebt werden, wenn wirklich beide wollen. Und das von ganzem Herzen. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank für die Geschichte.